Liebe Studierende, willkommen zur dritten Videoübung des Semesters mit dem Thema Induktion. Wir betrachten folgende physikalische Situation. Wir haben mit einer rechteckigen metallischen Schleife zu tun, wobei von dieser Schleife alles bekannt ist, die Länge L, die Breite B und sogar auch die Leitfähigkeit Sigma. Diese Schleife definierte gleichzeitig eine Fläche, die eben von der rechteckigen Schleife, hier rot markierte, eingerahmt ist. Und diese rechteckige Schleife, sprich diese eingerahmte Fläche, bewegt sich mit einer konstanten Geschwindigkeit V in einem äußeren Magnetfeld. Jetzt, um das Ganze genau von einem geometrischen Standpunkt aus zu beschreiben, betrachten wir als Bezugssystem XY, das heißt eine Ebene, diese Ebene liegt eigentlich auf dem Blatt und wir betrachten die Z-Achse, die ist orthogonal zur Ebene XY, das heißt orthogonal zur Ebene des Blattes hier. Und in diesem Bezugssystem betrachten wir auch eine magnetische Flussdichte. Diese magnetische Flussdichte beschreibt sozusagen die magnetische Feldstärke und eben diese Schleife bewegt sich in dieser äußeren magnetischen Feldstärke. Diese magnetische Feldstärke, also die magnetische Flussdichte, ist orientiert oder parallel zur Z-Achse, so, die magnetische Feldstärke nochmals, ist orthogonal zur Ebene des Blattes hier, also orthogonal zur Fläche selber. Sie ist zeitunabhängig, aber besitzt eine Koordinatenabhängigkeit, das heißt, die magnetische Flussdichte hat als Profil der Intensität diese Abhängigkeit als Funktion der X-Ortskoordinaten. Die magnetische Flussdichte ist 0 im ersten Gebiet, wächst linear im zweiten Gebiet, bleibt konstant und verschieden von 0 im dritten Gebiet, sinkt linear im vierten Gebiet und ist dann wieder 0 im fünften Gebiet. Gefragt ist, was für eine Momentanleistung, das heißt, was für Energieprozeiteinheit in Form von Joulewärme wird sich entwickeln in diese rechteckigen Schleifen oder bei dieser rechteckigen Schleife, wenn die gleiche sich mit der konstanten Geschwindigkeit V in diesem äußeren Magnetfeld bewegt. Bevor wir soweit sind mit der Lösung des Problems, müssen wir hier einige grundsätzliche Aspekte des Magnetismus sozusagen rekapitulieren. Wir möchten uns erstens mit dem Konzept des Flusses auseinandersetzen. Wir wissen, und das haben wir sowohl für elektrische als auch für magnetische Feldstärke, dass man einen Fluss definieren kann und mit dem elektrischen sowie mit dem magnetischen Fluss beschreibt man oder bezeichnet man die Zahl der Feldlinien, die eine gegebene Fläche durchsetzen. So bleiben wir bei dieser Situation, wo wir mit einem Magnetfeld zu tun haben. Felder lassen sich mit Feldlinien, so betrachten wir allgemein erstens so eine beliebige Verteilung des Feldes mit diesen Feldlinien und in diesem Raum berücksichtigen wir jetzt eine Fläche, die wir grün so markieren können. Mit dem magnetischen Fluss bezeichnen wir somit die Zahl der magnetischen Feldlinien, die diese Fläche a durchsetzen. So wie wir in der Vorlesung gesehen haben, von einem allgemeinen Standpunkt aus, der magnetische Fluss phi ist dann gleich dem Flächenintegral der magnetischen Flussdichte. Und ich bezeichne oder ich benutze hier selbstverständlich die vektorielle Schreiweise, das heißt als Argument des Flächenintegrals, habe ich mit einem Skalarprodukt zwischen zwei Vektoren, b für die magnetische Flussdichte, um eben die manische Feldstärke darzustellen, und dA als Flächenelement. Jetzt, wir können diese allgemeine Definition des Flusses auch in unserem spezifischen Fall berücksichtigen. Und um den magnetischen Fluss zu schreiben, betrachte ich erstens auch hier ein Flächenelement dA gegeben durch eine Kante der Länge b und dann eine Breite hier der Länge delta x. So jetzt als Flusselement dV, in unserem spezifischen Fall, kann ich dann schreiben, b als magnetische Flussdichte mal Flächenelement, das heißt klein b mal dx. Hier verzichte ich jetzt auf die vektorielle Schreiweise, weil in unserer geometrischen Situation haben wir mit einem Skalarprodukt von zwei parallele Vektoren. Nochmals, die magnetische Flussdichte hier ist immer orthogonal zur Ebene des Blattes, das heißt orthogonal zur Fläche, weil die magnetische Flussdichte ist orientiert parallel zur z-Achse. Und wie wir wissen, von einem geometrischen Staunpunkt aus, Flächenelemente sind mit einem Flächenvektor definiert, das eben auch orthogonal zur Fläche selber steht. So dann kann ich diese einfache Formel schreiben. Und jetzt kann ich gleichzeitig den totalen Fluss V berechnen. So, ich muss jetzt über die gesamte Fläche integrieren. Das heißt, als Flächenelemente, hier habe ich folgendes, b als magnetische Flussdichte mal Flächenelement, das ist b, klein b, mal dx. Und meine Integration geht zwischen x0 und x0 plus L. Weil ich muss addieren, sozusagen über sämtliche Flächenelemente zwischen diesen zwei Punkten, das ist diese momentane Position der Schleife im Raum des Feldes. Und das kann ich vielleicht ein bisschen so umformen. b kann ich vom Integral rausnehmen. Und dann, was ich habe, ist diese Integration zwischen x0 und x0 plus L. So schlussendlich, alles reduziert sich auf einem Integral über eine Länge, also mit einem Linienelement von b von x. Weil natürlich meine magnetische Flussdichte ist abhängig von der Ortskoordinate x, dx. Jetzt haben wir praktisch die wesentliche Größe des Problems definiert. Und zu diesem Zeitpunkt kommt das Induktionsgesetz im Spiel. Wir haben gelernt in der Vorlesung, dass wenn wir eine zeitliche Variation des Flusses erleben, dann können wir in einer physikalischen Situation eine induzierte Spannung erzeugen. Wir haben gesehen tatsächlich, dass wenn mein Fluss sich als Funktion der Zeit ändert, zum Beispiel hier auf eine solche rechteckige Schleife, entsteht dann eine induzierte Spannung. So in diesem spezifischen Fall, die induzierte Spannung ist nach der Definition, die wir in der Vorlesung diskutiert haben, ist gleich Minus der Ableitung nach der Zeit des magnetischen Flusses. Wobei mit dem Minus-Vorzeichen möchten wir die korrekte Polarität der induzierten Spannung darstellen und das nach der berühmten Lenzchenregel. Das ist immer noch die allgemeine Definition des Induktionsgesetzes. Und diese Definition sagt mir, dass wenn eben eine zeitliche Änderung des Flusses möglich ist, dann entsteht zum Beispiel auf einer solchen Schleife eine induzierte Spannung. Und woher kommt hier diese zeitliche Änderung? Die zeitliche Änderung kann eigentlich bei einer zeitlichen Änderung des Feldes selber, aber in diesem Fall wissen wir, dass mein Feld konstant ist als Funktion der Zeit oder wegen einer relative Bewegung einer Fläche, eingerammt hier bei dieser metallischen Schleife, zu einem Feld. Und das ist tatsächlich, was wir hier betrachten. Diese relative Bewegung mit einer konstanten Geschwindigkeit V, diese Fläche, eingerammt bei der metallischen Schleife, kann tatsächlich eine Variation des Flusses als Funktion der Zeit verursachen. Und das wird eine induzierte Spannung induzieren und erzeugen. Jetzt aus dieser allgemeinen Definition können wir spezifisch in unserer Situation folgende schreiben. Das heißt, Minus die zeitliche Ableitung des Integrals hier. Das heißt, ist B mal Integral zwischen x0 und x0 plus L von B von x dx. Und jetzt, was ich machen muss, ich muss die Ableitung nach der Zeit im Integral reinnehmen. Und in anderen Worten, ich muss jetzt eigentlich diese zeitliche Ableitung so entwickeln, damit ich weiter berechnen kann. Und hier kann man mit Hilfe der Mathematik auch Folgendes schreiben. Wir können das als Minus B mal Integral zwischen x0 und x0 plus L und dann, wie gesagt, die zeitliche Ableitung vom Argument des Integrals. Das heißt, die zeitliche Ableitung von B von x kann auch so geschrieben werden, als Ableitung von B nach der Ortskoordinate x mal die Ableitung der Ortskoordinate nach der Zeit Delta t. Und das Ganze nochmals mal dx. Diese Umformung ist besonders geeignet, weil dx dt ist die Definition der Geschwindigkeit, nämlich V eigentlich die Geschwindigkeit, mit welcher meine metallische Schleife sich bewegt. So dann, ich kann die induzierte Spannung sofort berechnen als Minus B mal V, das kann ich von Integral rausnehmen. und dann, was noch übrig bleibt, ist Integral zwischen x0 und x0 plus L von Ableitung des Feldes nach der Ortskoordinate dx. Jetzt, um weiter diese Formel zu entwickeln, muss ich die Voraussetzung des Problems benutzen. Tatsächlich, es wird gesagt, dass man soll schlussendlich die momentanen Leistungen berechnen, in Situationen, wo die Schleife vollständig in einem der jeweiligen Gebiete sich befindet. Also wir betrachten nur relative Bewegungen der metallischen Schleife mit der konstanten Geschwindigkeit V relativ zu diesem Magnetfeld, solange diese Schleife in einem von diesen Gebieten sich befindet. So wir verzichten auf die Übergänge zwischen den jeweiligen Gebieten. Jetzt mit diesem Profil sehen wir, dass diese Ableitung der magnetischen Flussdichte nach der Ortskoordinate ist tatsächlich immer eine Konstante. Das heißt, es ist nicht eine Funktion der Ortskoordinate x. Hier ist 0, wenn eine Größe linear wächst, haben wir mit einer Konstante verschieden von 0 zu tun, als Ableitung. Hier ist wieder 0, hier ist eine Konstante verschieden von 0 und hier ist wieder 0. So dann, wir können mit dieser Voraussetzung des Problems, können wir die Ableitung der magnetischen Flussdichte nach der Ortskoordinate von Integral rausnehmen und damit haben wir dann, was übrig bleibt, eine Integration über eine Länge. So wir haben eigentlich minus B mal L mal V mal die Ableitung der magnetischen Flussdichte nach der Ortskoordinate. Und dann verstehen wir gleichzeitig, dass eine induzierte Spannung ist direkt proportional zur Ableitung der magnetischen Flussdichte und diese ist verschieden von 0 nur in den Gebieten 2 und 4, wo eine lineare Zunahme oder Abnahme des Feldes stattfindet. Und natürlich, wenn meine Schleife in diese zwei Gebiete sich bewegt, mit der Voraussetzung, dass diese Schleife immer vollständig in diesen beiden Gebieten sich befindet, dann erlebte bei dieser relative Bewegung eine Variation des Feldes, das heißt eine Variation des Flusses und das führt zu einer induzierten Spannung. Wenn die Schleife zum Beispiel im Gebiet 3 sich bewegt, diese Schleife sieht immer die gleiche Intensität des Feldes, das heißt der magnetische Fluss ist auch immer eine Konstante, so die zeitliche Ableitung ist 0 und dort haben wir in 3 sowie in 5 oder in Gebiet 1 keine induzierte Spannung. Und jetzt, wenn man eine induzierte Spannung hat, zwischen zwei beliebigen Punkten auf dieser metallischen Schleife, weil die Schleife auch einen Widerstand besitzt, dann haben wir auch einen induzierten Strom. Jetzt nach dem Ohmschen Gesetze wissen wir, dass der induzierte Strom ist dann gleich dem Verhältnis zwischen Spannung, in unserem Fall ist induzierte Spannung geteilt durch den Widerstand R der Schleife. Und der Widerstand R der Schleife ist natürlich bekannt, weil wir kennen von der Schleife sämtliche Parameter. So vielleicht hier als Rekapitulation, als Erinnerung, wir wissen, dass der Widerstand eigentlich gleich dem spezifischen Widerstand ist, was inversproportional ist zu einer Leitfähigkeit Sigma. und dann ist direktproportional zur Länge des Drahtes, in unserem Fall hier ist zweimal L plus B und inversproportional zur Querschnittsfläche des Drahtes. In unserem Fall, nach den Angaben des Problems, ist einfach Pi mal R im Quadrat, wobei hier als Groß-R möchte ich eigentlich Radius des Drahtes bezeichnen. So damit keine Konfusion gibt, das ist R als Radius und das ist R-Tilde als Widerstand. So dann bin wir R-Tilde hier. Gut, jetzt, wenn wir, wir haben gesagt vorher, dass die induzierte Spannung verschieden von Null ist, nur im Gebiet 2 und 4, so Null in diesen zwei Gebieten haben wir auch mit einem induzierten Strom zu tun und wenn wir Spannung und Strom kennen, dann kennen wir auch die momentan Leistung. Das heißt, die Energie pro Zeiteinheit, die in diesem spezifischen Fall als Joule-Wärme sich entwickelt bei der relative Bewegung der metallischen Schleifen gegenüber dem Feld. Und die momentan Leistung ist eben U mal I, wobei nochmals, U ist die induzierte Spannung und I ist der induzierte Strom. Wir haben damit mit dieser ersten Frage der Übung sehr interessante und wichtige Konzepte des Magnetismus erstens diskutiert. Wir haben die Definition des magnetischen Flusses diskutiert und auch spezifisch hier angewendet und besonders haben wir uns mit dem Induktionsgesetz auseinandergesetzt. Und wir konnten auch schlussendlich feststellen, dass wenn wegen der relativen Bewegung zwischen einer Fläche und einem äußeren Magnetfeld eine Variation des Flusses stattfindet, dann tatsächlich gibt es eine Spannung. Diese bei einer metallischen Schleife induzierte gleichzeitig einen Strom und nach dem Ohmschen Gesetz konnten wir den Strom berechnen und daraus auch die momentan Leistung. Das heißt, diese Energie pro Zeit ein I, die in Form von Joule-Wärme erzeugt wird bei dieser relative Bewegung. Ich glaube, wir sind zu einem Zeitpunkt gelandet, wo wir jetzt eine kleine Pause durchführen können. Bevor wir uns mit der zweiten Frage der Übung beschäftigen.